Stelle Dich mit gegrätschten Beinen seitlich auf Deine Matte, Hände in Namaste. Drehe mit der nächsten Einatmung den rechten Fuß nach außen und strecke Deine Arme nach oben. Ausatmen, Krieger 1, Vira Pradrasana 1. Vira Pradrasana 1 entwickelt geistige Kraft, Festigkeit und Mut. Energetisch wirkt diese Asana harmonisierend, erdet und stärkt. Einstrecke Dein linkes Bein zum Himmel, Dein Körper ist parallel zum Boden. Hände ziehen nach vorne, während Dein rechter Fuß nach hinten zieht. Krieger 3, Vira Pradrasana 3. Achte darauf, dass Dein Steißbein in ständiger Rotation bleibt, während Du Dich mit dem Rest Deines Körpers ausstreckst. Entlasse Dein Körper mit der nächsten Ausatmung aus der Stellung. Einatmen, Krieger 1. Ausatmen, zurück zur Mitte. Rechten Fuß nach innen, linken Fuß nach außen. Einstrecke Deine Arme zur Sonne. Auskomme in Vira Pradrasana 1. Atme tief und bewusst. Komme mit der nächsten Einatmung in Vira Pradrasana 3. Dein hinteres Bein bleibt angespannt. Es hilft Dir, Dein Gleichgewicht zu halten. Der Krieger 3 stärkt die körperliche und geistige Festigkeit. Er unterstützt Gleichgewicht, Bestimmtheit und Zielorientiertheit zu entwickeln. Ausatmen, komme aus der Stellung. Einatmen, Krieger 1. Ausatmen, komme zur Mitte. Linken Fuß rein. Hände in Namaste. Schließe die Augen und genieße die tiefe Atmung in Dir. Ausatmen, komme zur Mitte. Ausatmen, komme zur Mitte. Linken Fuß rein. Hände in Namaste. Schließe die Augen und genieße die tiefe Atmung in Dir. Ausatmen, wenn Sie das nicht genieße die tiefe Atmung in Dir. Ausatmen, kebf, floofen ret planes.